Hä? Doch, hey. Hallo, ich soll zum Night Label, Leute. Warum machen wir nicht mit dem Gettel? Okay, du musst erst in die 5. Na, mal, bist du's das letzte Mal? Bist du abgehauen, ohne mir zu antworten. Oh, boah, ist das angeleitet. Ey, mach dich bereit, aber ich meinte ernst. Halte, du, Alter. Der ist voll abhängig, du bist dumme. Warum sagst du hier? Ey, seit wann redest du eigentlich so? Alter, der wird voll aggressiv. Alle wollen sich nur noch prügeln. Es ist fast so wie bei Mortal Kombat. Alle wollen sich nachher nur noch töten. Echt mal. Na, mit Lacken. Irgendwann dreht sich nicht so gut, dass die Echtgewehren die hatten und sich alle umbringt. Ja. Okay, ich mach jetzt hier wieder einen Doppelfahrt, weil ich das einfach nicht möchte. Ja, das ist doch echt eine richtige Idee. Ja, ich mach jetzt, glaub ich, immer Doppelfahrt, dann muss ich mich erschreuren. Wow. Genau, ich bin sehr gebar. Weniger Schleim bedeutet mehr Datter, bedeutet mehr Kämpfen, bedeutet mehr Dürfen. Genau. Und bedeutet mehr Boom. Boom. Echt. Das war so eine Schöne. Da seht ihr, was Knuckles für einen geilen Hüßkel hat. Boah. Es sind alle voll am Töten. Und wie man hier sehr schön sehen kann, ist das sehr logisch, was hier gerade ist. Weil wir alle haben auch eine super Feuerwelt, die rum und töten sich. Weg. Boah, alle sind schüttiert nur noch. Okay, ich mach jetzt die Art, schnell. Komm her, komm her. Ach, Ficklost, wieso? Das wär schön in den Kegger-Van. Schön in den Vans. Mach den sitzen Sparta-Kick und füge ihn so tot, dass er schwillig. Weil ich hab, niemand hatte diesen Sparta-Kick drauf. Warum nicht? Ja, steigen, Hauer. Ich brauch unbedingt hier einer, den Sparta-Fan. Steine Ballen um. Alles strengt sich nur in die Luft, alles ist total hirnlos und alles. Ja, es ist die Wach-Alarm, die Cobra-Helf, alles strengt sich nur in die Luft. Genau. Ja, natürlich. Oh, voll die, voll die weg. Was ist denn du denn gerade in die Wachs? Ist der gerade vergebildet oder warum hat er gerade seine ganze Energie verloren? Nee, guck mal hier, man kann gleiten, so rrrr. Ja. Ah, okay, das haben die Garten. Dieser Air-Action-Skill von Nuggets, der macht sogar Schaden. Das ist sehr freundlich. Oh, super heil. Ja, super heil. Und dann jetzt hier mal ich mich mit der Wachs-Rompe. Ja, das ist echt sehr freundlich, komm her. Buh! Der C-Mex bis zu besitzt, hey-ho, du hast es geschafft. Ja, und was bekomm ich jetzt? Ich bekomme Draco im Uppel. Oha, das sieht sehr interessant aus. Ich war Ultra von Zabar für Auto-Modus. Was zur Hölle! Und das ist, ähm, ich glaub das ist ein Dash-Stil. Und noch Firehöhle. Juhu. Den Film über Prömo. Ja, das ist aber so, das ist ja auch, das ist ja auch ein Hammer-Modus. Und nochmal. Hey, Nö, passt aus! Der ist noch nicht vorbei. Na, fertig. Aha! So, jetzt haben wir mal den F-Kunsch. So, jetzt haben wir den F-Kunsch und das und das. Ja, genau. Du kennst dich auch. Du machst auch schon. Ja, ich werde das schon machen, ey. Mal hier, guck mal. Komm her, komm her und dann so was. Boah! Wurde gehören. Ich hau dem aufs Maul. Keine Ahnung! Jetzt stehen wir in der Explosion. Jetzt musst du nur den Kamihami-H-H-H-Machen oder sowas in der Art. Keine Ahnung. Ja, komm her. Nein! Ja, was? Ich hab das geschlossen. Geil. Ja, das ist mega, man. Bam! Das ist so geil. Ja, okay. Du bist dieser Angriff, den sie nicht unbedingt für MR haben. Na, du musst dich aufladen. Fuck, auf. Oh, ich habe einmal sehr durch die ganze Welt so. So völlig wie die Totalität, die wir jetzt zeigen, so weit, dass es ein Liederspiel ist. Der hat jetzt hier gerade diesen dummen, ähm, der ist gerade im Üben gegen das, was ich bemerken will. Der so. Noooi! Also, irgendwo zeigt das Spiel ja auch, dass es nicht okay ist, was sie hier sehen. Denn, wenn du das, was ich bemerken sollst, steht ja überall Stopp auf den Schädern. Also, möchte das Spiel eigentlich, dass du auch hörst zu kämpfen, aber du ignorierst diese Anwalt in der Tat. Ja, natürlich. Das ist ja natürlich nicht gut, denn eigentlich, ja, ein Programmierer hat sich das so gedacht, dass die Kinder hier gar nicht kämpfen sollen, so die ganze Folge, die gar weglaufen und sterben und totale Frustationen haben. Ja, eben, aber natürlich, ich bin so ein Typ, das heißt Sonic Battle und das heißt, ich werde alles umsetzen, was in Tüte vorhanden ist. Ja, ja. Ja, ja. Sonic Weglaufen. Ja, dann würde es ja Sonic Weglaufen heißen, oder Sonic Pussy, oder? Super Sonic Pussy, oder sowas. Ich meine, der weiß, was man hat, was ein bisschen bitter noch ausgedacht hat. Ich meine, jetzt, das letzte Mal gab's einer gegen drei, das war lustig, denn sowas kommt hier bestimmt nochmal. Und dann denkst du, ja, das war in der letzten Story eine gute Show, das war ganz toll und lustig. Ich hab mich einfach aufgeregt und hab irgendwas gemacht. Ja. Ich sag, ich hab immer meinen Tube-Knauf hier an meiner Seite. Ich hab meine Krankenkassenkarte. Ich hab's nicht, ich hab's aufwerfen, aber das erklärt's nicht. Ich hab's nicht verletzt. Ich hab mir das Gefühl, ich hab's nicht verletzt. Ich hab's nicht verletzt. Ja, Schuriken, Schuriken, ja. Schuriken, ja. Staaas. Was geht jetzt? Ja, ich weiß auch nicht. Ich hab immer nur Bier. Das Bier. Power-Verzweifelungsattack, würde ich mal sagen. Echt mal, mit Error. Äh, Quatsch, jammert mich durch. Er gibt mich auch! Er gibt mich auch! Er gibt mich auch! Oh my God! Achso, das hat super Laser-Knaufeln gemacht. Ich sag's dir alle. Jetzt hat die Junk-Knaufeln mit den Junk-Knaufeln. Jetzt hat's keine Chance. Das ist die Unkanone? Ja, die Unkanone, der macht ja... Kommt nicht auf den Untergrund, wie kommt auf der Hölle! Ich sag dir, er hat hier die Eisley-Kanone, er wird uns damit alles töten! Ich sag dir die Eisley-Kanone, es gibt noch eine Version MK2! BAH! Oh Gott! Warum? 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 Wieso ist das so brutal? Steine! Steine! Wo holt er sich denn her? Ich weiß nicht, komm aus dem Himmel! Himmlischer Stein! Au! Fuck! Aber ich würde es auch gar nicht töten! Ja, ich würde... Der macht mich jetzt gar nicht, was hätten wir mal zu Ende! Na ja, der Himmelischer Stein! Gibt es nicht? Boah, was? Amul hat mal Fett gekrächt? Ich glaub's nicht! Er schlicht nicht, es ist ja auch ohne die Idee! Es ist total überflüssig geworden, ja? Super, toll! Einmal zu werden überflüssig geworden! Super Abwehrung! Ja, und ich bekomme... Solid Knuckle! Solid Snake! Super schlafig! Meine Antwort! Missionswege starten! Wieso antwortest du mir denn? Das wird... Entdeck! 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 Kontrollvetr! Entdecken! Entdeck! Es ist nicht meine Schuld von der Sponning. Erstmal, der bringt sich so ein Vokabular bei. Ich lege die Schuld schnell auf andere Dinge zu mir. Hey, es ist nicht meine Schuld, sondern so. Schön, ach, ich glaube, okay, okay, ich werde vorsichtiger sein. Ich probiere mich, wenn wir gerade Kämpfer mit wahrscheinlich nicht der... Ich werde euch alle zusammenbekannt. Ach so, es ist nicht auch... Oh, krass. Okay, dann hat es hier Kämpfer nur dann... ...und eine kleine Kerne... ...und dann wird das ein Spaß machen. Ja, okay. Das hat eine Teile verwendet, um... ...das paar nicht gelösen oder Experimente zu machen. Aber da hat es dann hier Teile... ...und die Angelegenheit. ZED ist jemand ein Narziss. Wieso ist er hier in der Armherr? Weil er ein Book-Hop ist. Also, naja, er hat sich nicht mehr an Angelegenheit. Ich glaube, der Herr Hempel geht zu seinen Schiffen überhändigen. Ich glaube, er geht um die Schicksale. Was für die Hände er ja kommt auf die Hände. Nein, die Kerzen sind aber sehr mächtig. Ich kann also ein bisschen nachentwickeln. Na der Junge, seid ihr vor, die Kinder draußen aufzunehmen. Habt ihr sicher? Das könnt ihr erklären? Ja, es ist schief. Als, versuche der Raum auf der Gesicht? Fragezeichen? Ey, wo ist sie hin? Und was wollte sie hier? Hm, überhaupt. Hey Emeril, sei vorsichtig. Ich glaube, sie haben eine neue Invasion der Zombies gestanden auch. Nicht aufgegeben, dich zurückzubekommen. Alles klar. Pass auf dich selbst auf. Äh, in Ordnung. Ey, meine Fresse. Hol, das dumme Arsch. Mein Baby, du, 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 lasst weg. Du, 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 du. Hey, was ist jetzt weg? Ich kann Theater. Ich kann... Lass das weg. So? Nee. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir schneiden den jetzt schon einmal. Dann geht's der nächste Woche weiter. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, Leute. Tschüss.